Kaputt. Wir müssen das anbauen. Kommt hier, oder hier, oder da. So, was geht ab YouTube? Ich habe schon auf Insta ein bisschen was verraten, was wir dieses Video so ein bisschen machen. Das Gerät steht schon vor mir. Ich bin noch gar nicht damit gefahren. Ich bin mal gespannt, wie das überhaupt wird. Ich nehme das Ding jetzt mal mit. Und dann sehen wir, was passiert und um was es geht. Seht ihr jetzt. Nee, machst du nicht kaputt. Wir müssen das einmal damit schanzen. Junge, der sagt, da kann man schnell fahren. Bruder, das rollt von alleine. Wie? Ja, schieb mal. Ich kann mir auch vorstellen, damit auf Arbeit zu fahren. Ja, safe. Oh! 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 Das ist Ihr Lieber. Wir müssen sterben. Ich will erstmal gucken, ob ich das kontrollieren kann. Lass nur mal kurz testen. Ich fahr nicht in Erdbeck. Das Problem ist... Du fährst und das macht so... Ja, du hast ja auch einen Lenker dran. Ich habe das Gefühl, der ist nicht gerade. Ich habe Schiss, wenn ich fahre, dass es mich so... Du hast Angst? Ja, schon ein bisschen Angst. Warum? Du hast ein wildes Biken. Das ist eine gute Idee. Mit einem Elefanten. Ich weiß auch, ich gucke der Nacht auch schon, Alter. Ich so... Mal gucken, was passiert. Mach einfach. Spring! Hey, das ging besser, wie gedacht. Hey, ich glaube, man kann flippen. Ja. Wir haben schon gesagt, wir müssen upgraden, dass der Lenker ein bisschen breiter ist und andere Räder. Ja, breiter der Lenker. Ist ja schon witzig. Okay. Also, wir haben festgestellt, Hauptproblem Nummer eins ist, dass es sich so zusammenschiebt am Absprung. Aber wir haben schon eine Lösung. Was machen wir? No-Head? Yes! Yo, ihr wart! 360, vielleicht kein Fook-Tank. Rapp, rapp. 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 Kumpel beim Tierarzt, Alter. Ist alles gut im Ehrlich. Rapp. Rapp, der ist schwer geworden, oder? Ich kriege Auffreize. so jetzt tag zwei wir haben den elefant modifiziert das heißt kommen wir ins licht wir haben den modifiziert heißt ich und rolf für alle die rolf kennen grüße gehen raus an rolf wir haben einmal einen breiteren lenker wir haben hier was drauf geschweißt heißt der ist ein bisschen breiter und das beste ist wir haben den zusammengeschweißt dass er kurz bleibt weil das problem davor war der ist immer so zusammengeklappt wenn man flippen wollte ist ja zusammengeklappt die rotation hat gestoppt ich glaube heute wird geklickt was sagst du elefant let's go wie hat es funktioniert ja ich habe gesagt der erste für konnte ich hätte gedacht aber stark ich glaube ich mache noch sehr sehr gut so nice nice you're going for the big one directly how about close the helmet maybe safer you're going for the big one oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah so so come on wow 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 sick Skorpion, Alter, ich habe Flip gelandet mit Neckbreaker, ich weiß nicht, ob es auf der GoPro sieht, sonst blende ich jetzt den Clip ein, Alter, ich glaube, ich bin noch nie so über den Kopf geklappt, aber so ist es halt, aber auf jeden Fall, wir haben das Ding geflippt, einfach ein Elefant geflippt, wie krass ist es? World's first, schreibt es in die Kommentare, einfach so für 460, das geht's, oder? Let's go! So, jetzt haben wir das Ding! So, jetzt haben wir das Ding! Jooo! Der hat tiefe Schweden! Mit der One Hand! Schiss, weil ich so schnell gelandet bin, habe ich eine Hand in der Luft, schon mal weg! Safety first! Samo macht jetzt einen Frontflip! Den kann man auf jeden Fall machen! Mensch! Ich mache den nochmal und dann lande ich den! Das reicht niemals! Nein! Das reicht nie! Da kannst du dich retten! Von der Türi! Von der Türi! Aber man klappt immer nach vorne, weil es nicht fährt! Wir brauchen vorne und vorne ein dickes Scooter rein! Nein, wir brauchen höhere! Ja, höher! Also, zum ersten Mal, wenn ihr so einen Scheiß macht, wie wir machen, tragt immer einen Helm! Am besten so einen geilen, wie ich habe! Schaut bei mir auf Insta vorbei! Und bei Samo auch! ReBikeLife Samo! Kommt hier! Oder hier! Oder da! Wo auch immer! Elefant-Sack! Also, auf jeden Fall war ein mega witziges Video! Mal was ganz anderes! Weil, prinzipiell, wir immer Fahrrad fahren! Traumlich springen Motorrad fahren! Jetzt fahren wir einen Elefant! Ich hoffe, euch hat es gefallen! Schreibt mir gerne auf Instagram! Oder hier in die Kommentare! Was für Tricks ihr noch sehen wollt! Wir haben Backflip gemacht! 360! No Hand! Und den Frontflip! Fast! Und den Frontflip getried! Schreibt rein, was wollt ihr noch für Videos von geilen Tricks sehen! Und vergesst nicht! Abonnieren! Liken! Und kommentieren! Sauber folgen! Yeah!